Er stört. Die Bauleute sagten damals, der Eckstein muss weg. Sie wollten hier mit der Mauer alles wegmachen. Und im Laufe der Zeit sagten die Menschen hier, der Stein bleibt, er ist wichtig, er ist hier gewachsen, er stammt von hier. Der Stein gehört zu uns. In diesem Evangelium zitiert Jesus ganz bewusst einen Satz aus Psalm 118. Habt ihr nicht gehört, der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden? Ja, hier bei uns in unserer kleinen Stadt ist dieser Stein zum Eckstein geworden. Er ist die Grundlage sozusagen. Und heute wird der Stein noch ganz anders gebraucht. Ich habe vor kurzem beobachtet, wie Jugendliche und Kinder den Stein benutzt haben, um hier über die Mauer zu kommen. Das bedeutet, der Eckstein überwindet Mauern. Mauern zwischen Menschen, Mauern zwischen Konfessionen und Religionen, Mauern zwischen ich und du, zwischen dir und mir, zwischen Gott und Mensch. Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Er ist das Fundament. Er ist der Eckstein, an dem man sich immer wieder anstößt, weil er eine Wahrheit sagt, die auf Liebe gebaut ist. Und dann fügt Jesus den weiteren Satz an. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ich wünsche Ihnen die 但是 hier die